Sie benötigen Dauerhaftigkeit, Stärke, speziell unter extremen Bedingungen? Dann brauchen Sie die Sicherheit von geprüften und getesteten Hebezeugen. Dann brauchen Sie die Stärke von Red Rooster. Mit Red Rooster kombinieren wir qualitative Konstruktion und Verarbeitung aus Japan und Europa. Red Rooster Drucklufthebezeuge sind einfach in der Handhabung, der Installation und im Service. Sie haben eine hohe Belastbarkeit, sind einfach zu steuern, mit hohen Sicherheitsfaktoren und Lebensdauer und mit der Gewissheit, sie in allen Umgebungen einzusetzen. In extremer Kälte, bei extremer Hitze. Die Hebezeuge können permanent eingesetzt werden. Unsere Hebezeuge sind im Standard für den Ex-Bereich Zone 2 zertifiziert und entsprechen allen geltenden EU-Richtlinien. Wir heben alles zwischen 25 Kilogramm und 100 Tonnen. Geprüft unter extremen Bedingungen. Mit einem Auge fürs Design, einem Hochleistungsluftmotor und speziellen Sonderlösungen nach Ihren Bedürfnissen. Wir liefern nicht nur Hebezeuge, wir liefern Lösungen zum Heben, inklusive Beratung, Unterweisungen, Installation und Wartung. Wir trauen uns, in unsere Kunden zu investieren. Unsere Hebezeuge sind ab Lager verfügbar, damit Sie mit Red Rooster Hebezeugen arbeiten können, wo und wann Sie diese brauchen. Wenn Sie Dauerhaftigkeit und Stärke benötigen, in einer Zeit, in der Sie keine Ausfälle dulden. Wir bieten Ihnen Qualität, eine schnelle Lieferung, eine gute Beratung und den besten Service. Das ist die Stärke von Red Rooster.